Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Servus Martin. Gehen wir es an? Ja. Heute über schwarz-blau, was war los die Woche? Ganz schön. Die erste Meldung, der Kurz war bei einer Einschulung in Graz. Eigentlich ist das eine Frechheit. So jung ist er nicht mehr. Nein, das ist er nicht. Was erlaubst du als Kanzler? Bundeskanzler. Republik Österreich. Genau. Was hat sie da dann? Der Finanzminister, der hat mich irritiert. Die sagen doch immer, keine neuen Steuern, keine neuen Steuern, keine neuen Steuern. Kaum ist er in Brüssel wieder eine europäische Digitalsteuer forcieren. Der will, dass Europa eine europäische Digitalsteuer einhebt. Ja, aber damit sprechen sie keine Wahlversprechen. Wieso? Weil es ja nicht eine Österreichische Steuer ist. Es ist die böse EU. Ja, das habe ich nicht berücksichtigt. Übrigens, Brüssel, die Nachaußenministerin, Karin Kneissl, hat dort alle überrascht. Warte mal, noch Außenministerin? Wir haben gerade gehört, was ist los, wieso? Die hat dort fließend Arabisch geredet. Bei der rechten Regierung in Österreich. Ich glaube, die weisen die aus. Ich glaube, das ist nicht so arabisch bei denen. Wenn sie Amerikanerin war, da darf sie schon außerhalb da mal aussitzen. Wahrscheinlich. Ja, und beim Strache haben sie Wanzen gefunden. Also kein Ungeziefer, sondern Abhörwanzen. Hast du das gehört? In seinem Büro, gell? Ja. Ich frage mich wirklich, und wir haben beide diskutiert, und sind mir wirklich auf den grünen Zweig gekommen, was zur Hölle soll der Typ quatschen, was es wert war, für uns zuzuhören? Habt ihr diese Idee? Schreibt das bitte in die Kommentare. Was war die Woche in heute über Trump? Wieder eine wunderbare Geschichte. Fangen wir gleich mal an. Amerika war ja die Woche ein bisschen stressig. Wir haben sozusagen auf Betriebsurlaub gestellt. Wegen dem Budgetstaat? Wegen dem Budgetstaat. Hat er sinnhaft gesagt, wir machen nichts mehr. Worauf der Trump natürlich präsidential, wie er ist, gleich mal in Verhandlungen getreten ist, mit den Demokraten, weil die haben immer schon mit, worauf die Demokraten gemeint haben, oder einer der Demokraten gesagt hat, mit Trump diskutieren, ist wie mit einem Wackelpudding reden. Da kann er aber eigentlich nur froh sein. Wieso? Ich glaube, normalerweise sagen die Leute ganz andere Sachen über ihr. Das stimmt. Wobei ich glaube nicht, dass die Wackelpudding-Geschichte so hand und froh sagt. Weil? Ja, die Melania, seine Frau, die hätte eigentlich mitfahren sollen, macht auch was. Hat das abgesagt. Und die zwei haben im 13. Hochzeitstag anscheinend gehabt. Keiner hat irgendwas getweetet, gepostet, gar nichts. Vermutet wird der Grund, es heißt, der Trump hat eine Gspusi mit einem Pornostar. Wenn dem so ist, kann er nicht alles Wackelpudding an ihrem sein. Ich glaube, aus einem ganz anderen Grund ist die Melania nicht mitgefallen. Wieso? Die wollte einen zweiten Regenschirm auf der Air Force One und den hat sie nicht gekriegt. Ihr könnt euch erinnern von vorigen Wochen? Das ist natürlich auch ein legitimer Grund. Wir wissen es nicht. Genau. Eine andere Geschichte ist, das Internet ist wirklich großartig. Ja. Da kann man einfach nichts dagegen sagen. Zum Beispiel jetzt vor Ort zum Trump, weil sein Schreibtisch auf dem Foto ganz rein und nichts drauf liegt. Jetzt frage ich die echte Internet. Nur nie war es vom papierlosen Büro gehört. Es ist offensichtlich und offenkundig, dass der Trump ja ein großer Befürworter des Umweltschutzes ist. Und da ist ein anderer Vorreiter. Ich glaube, alles was der Trump arbeitet, ist tweeten. Stimmt. Und die kann man nie in sie legen. Richtig. Eine andere ziemlich traurige Geschichte. Aber halb. Nicht für den Trump. Nicht für den Barack Obama. Der Barack Obama wurde nämlich auch ausgeladen oder nicht eingeladen zur Hochzeit von Harry und Meghan in England. Weil sie wollten keine diplomatischen Schwierigkeiten haben, wenn sie den Trump nicht wollen. Das haben sie klipp und klar gesagt. Aber wenn sie den nicht wollen, können sie den Barack auch nicht einladen. Oder es ist der andere Grund. Weil unter uns gesagt, wer soll denn eigentlich der Star bei einer Hochzeit sein? Der Harry und die Meghan? Natürlich. Achso, und du meinst der Barack und die Michelle? Genau. Das ist ein böser Grund. Aber vielleicht stimmt's. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du die Wochen gelernt? Ja, als Rollstuhlfahrer kannst du das niemandem recht machen. Da haben sie jemanden in Nordrhein-Westfalen mit seinem Rollstuhl, der hat ihn ein bisschen auffrisiert, mit 50 kmh durch die Stadt erwischt. Ein bisschen auffrisiert. Den haben sie gleich... Das hat einem nicht so gepasst. Nur zur Info. 10 kmh ist der Durchschnitt. Maximal. Genau. Ein anderer ist mit so einem Rolli durchschnittlich, 10 kmh, in Floridsdorf auf der Straße gefahren. Haben ihm die Autofahrer angehoben. Das war ihm auch nicht recht. Weil es zu langsam war. Zu langsam, ja. Wie man es macht, ist echt nicht recht. Ja. Und deine Erkenntnis? Du, ich habe die Woche 2 Sachen gelernt. Ja? Erstens. Das ist eine gute Erkenntnis. Freut mich echt. Der österreichische Strafvollzug ist wirklich darauf aus, dass er seine Häftlinge rehabilitiert und auf sein Leben danach vorbereitet. Wie kommst du drauf? Ja, ein Häftling ist von Linz nach Wien zur Verhandlung gefahren und wieder zurück, alleine ohne Begleitung. und man hat sogar im Hotel über Nacht. Cool. Voll brav. Und das führt mit zu meiner zweiten Erkenntnis, es gibt nur ehrliche Leute. Das Problem ist, sie sitzen im Hefen. Also, das war's für die Woche. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei der Schlagzeilen Revue. wenn's euch gefallen hat. Dann eine gute Möhrung. Wir machen den nächsten Mal. Wir machen den nächsten Mal. Wir machen den nächsten Mal.